Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwee, zuerst möchte ich mich entschuldigen, obwohl ich hörte, dass ihr... Man kann es wohl ereignisreich nennen? Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um meine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigais. Ein Demigais? Oh ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nerven aufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigais. Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trau... Zweitens, so makaber und abscheulich. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich weiß sogar von zwei Statuen. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen ab... Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber will. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Und die Ausgangss... Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind... Und das habe ich ausgenutzt. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer... ... ... ... Reveille. Alohomora! Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Seriose! Seriose! Befehlio! Wie läuft es mit deinen Klassen dieses Jahr? Nicht so, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatter heran. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Gerücht um Renrocks Anhänger würden einen Aufstand vorbereiten. Diese Flüsslinge, die sich immer überall für Werder sorgen. Vielleicht wären Renrock und seine Bande weniger streitlustig, wenn sie Zauberstäbe haben dürften. Wenn einer der Kobolde mir zu nahe kommt, ist er geliefert. Das garantiere ich. Ich habe nicht mehr zu nahe, Frau Koboldrevolten. Meine Noten bei Professor Heckert sind spitze. Ich glaube, das ist nicht der Zweck des Paras. Ich hoffe, niemand sieht diesen meiner Venemosa Tentakula in Krankenflügel. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Professor Black weiß es wohl am besten. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Ha, ich wollte in dieser Saison ein paar Galeonen auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Nicht Ravenclaw? Doch, ich kann eine. Ich kann eine. Hufflepuff? Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter... Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister, Rancorous Carb, mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt nun... Ich bin entschlossen mit Ihrer Hilfe, die Identität... Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften.